Ich bin mehr enttäuscht von dieser Pressekonferenz als das Spiel. Ich habe gehofft für mehr Politik oder etwas, aber die Fragen waren nicht gut genug. Ja, aber Jesse, wenn ich dich jetzt höre, muss ich sagen, bei dir lachen sie immer und bei mir schauen sie nur. Du hast dich blendend vorbereitet. Nein, aber gut gemacht hier. Ich bin sehr froh für dich. Sehr gut hier mit diesem Verein, in dieser Stadt. Herzlichen Dank für die Fragen und für die Antworten. Gute Heimreise.